Moin Leute und herzlich willkommen zu einem ganz brandneuen Video und zwar zu, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, zu Tennis irgendwas, ähm, ich, ich werde vielleicht nachher nochmal zum Schluss vom Video ein Screenshot einblenden, ähm, ja, ich bin gerade ein bisschen lost, ähm, habe jetzt ja auch schon die eine oder die andere Einstellung getätigt im Game und, ähm, ja, Willkommen, danke, dass du Tennis, äh, genau, Tennis, äh, World Tenue spielst, äh, wenn du zum Messerrat spielst, werden wir dir einige Modi und Menüs, äh, vorstellen würden, ja, okay, es gibt einmal den Shop, und da habe ich, warte mal da, du kannst Münzen investieren, um Kartenpakete zu überwärmen und Münzen kannst du dir mit, okay, oh, lol, Ach, da gibt es sogar schon das erste Packet, das ist ja geil Ach, da, warte mal Nächsten Bildschirm ist die Karten, wie sie aus dem Paket genommen, genkommen sind, also, äh, naja, kommt es mal was, äh, wenn wir unser nächstes Paket umgehen, äh, genau, umgehen fahren, um die Karte ingeset genockt umzuschauen, du kannst dir alle deine Karten später im Bildschirm eine Karte ansehen, ja, dann würde ich mal sagen, um nächstes Paket üben Ah, ich bin jetzt nicht, hallo Ganz ehrlich, ich will jetzt nicht mal irgendwie, keine Ahnung, so ein Karriere-Dings-Boom-Spiel Spieler anlegen, ja gut, männlich sollte ich schon männlich sein, Chatur, muskulös, Saracusel, ach lol, ok, das wusste ich nicht, auf 1,90, ja gut, pass, Kopf, boah, nee, das müssen so, Köpfe hier, oh Gott, Gesicht, ja komm, das sieht man jetzt ein paar schöne Augen, ja, machen wir mal den hier, Hautfarbe, bleib mal schön geschmeidig hell, Haarfarbe, äh, nicht Haarfarbe, Haare, nee, doch nicht Glatzen, obwohl die sind echt ein zeitliches Haarfarbe, ja, guck mal, Nase, Kiefer, brauche ich alles nicht, ja, aber wir sind rechts in der Beidhände, Beidhändige Höhre kann, Klai-, was? Gebiitsch, Nadel, Fehler, nee, ich will sagen, das ist jetzt noch klassisch, Aufschlag, nee, ich will sagen, das lässt sich alles machen, Einstellung, fokussiert, gehen lassen, das ist eine Art Schwimmen, Fähigkeit des Schöns, oh Gott, okay, Junge, das kommt aber schon ein bisschen komisch, was, Indie, Indie, Indenität, ja, Junge, komm, alle, nehm ich einfach mal meinen Namen, so, ich bin natürlich, knackig, Junge, 20, ähm, ja, Europa, wo ist denn, Deutschland, Deutschland, ähm, nee, dann nehme ich jetzt hier meinen YouTube-Account-Name, so, zack, ähm, was hast du jetzt, ja, passt, ja, alles passt, so würde ich mal sagen, so, äh, 20, ja, passt, easy, Alter 20, rechts in der klassisch, 1,90, männlich, gelassen, André Reming, Deutschland, speichern, was Features, deine Karriere wird angelegt, auch, was klappt, du hast das Zeug zum Star, oh, ja, das, äh, das möchte ich gern glauben, so, Seesaw beginn, ja, es beginn, oh, nein, so schön, Trainer treffen, Ruhephase, ich würde, ich würde sagen, ähm, Exhibition, ähm, also, ich mein, Turnier ist bisher noch nix, und ich würde einfach mal sagen, wenn man Exhibition, weil ich halt echt nicht weiß, was halt jetzt halt auf mich zukommt, weil ich das halt noch nie gespielt hab, was, ich kann die Partie simulieren, hm, wie langweilig ist es denn, was, Fälligkeiten kann bearbeiten, ja, bestätigen, so, jetzt möchte ich den hier mal, hallo, hallo, ja, das passt, so, dann würde ich sagen, machen wir nochmal, hier schön gemütlich, den hier, zack, jawoll, der kommt da hin, so, Kraft, genauigkeit, ach so, ach nein, warte mal, wie kann ich, wie kann ich den resetten, nochmal, Fälligkeit, ne, dann mach schon, glatt, glatt bearbeiten, die Scheiße, ich möchte, ich möchte halt schon hergehen, und, ähm, ja genau, du kommst mal, da rein, nein, hallo, genau, so, dann, du kommst, ähm, hallo, ja, nee, da hinkommst du nicht hin, genau, du kommst dann mal dahin, so, und Beweglichkeit kommt dann einfach mal dahin, so, ich würde mal sagen, nicht stoppen, so, Leute, da sind wir auch angekommen, ich bin jetzt hier schon im Stadion, wie ihr seht, und, ähm, ich hoffe einfach, dass ich jetzt nicht, meine Scheiße, weil das, das wäre jetzt ein bisschen blöd, wie schlag ich, hä, hallo, hä, wie schlag ich denn, hä, es wurde mir halt nichts erklärt, ne, ich weiß jetzt halt nicht, wie ich schlagen würde, jetzt, gut, als ob, ja, komm, also, anscheinend habe ich jetzt schon mal die ersten 15 Punkte, wie man das sind, Tennis, ach, komm, das war nix, 50 Junge, äh, ganz, ganz ehrlich, ne, so, was ist das denn für eine Sportart, zu früh, ja, zu früh, Jo, nein, 30, mich würde mal interessieren, bis wie viel das jetzt ganz, im ganzen, ernsten Sinne geht, weil ich habe jetzt echt keinen Bock hier irgendwie, drei, vier Stunden dazusitzen, oh, Gott, ne, da habe ich, da habe ich keine Chance, also, mit X habe ich es gerade schon probiert zu schlagen, damit geht es, aber mit Kreis ist es anscheinend noch irgendwie besser, wie das Gefühl, ja, komm, batz, komm, auf, also, ich weiß nicht, ob das jetzt mein Gegner ist, oder, äh, 1-0, ja, komm, spiel, spiel, spielersuche, als ob, ja, ne, so, gut gespielt, also, äh, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, damit bin ich jetzt erstaunt, also, ich muss schon ganz ehrlich sagen, mit dem hätte ich jetzt nun, ähm, wirklich nicht gerechnet, dass da gleich sowas zustande kommt, ähm, ich würde einfach sagen, ich würde einfach sagen, wir machen einfach nochmal ein Match, Hallo? ja, so, nächstes Spiel, hoffentlich nächstes Glück, so, ich würde einfach mal sagen, wir beginnen mal das, Match, so, was gegen Coke, okay, Bratz, warum, zu früh, ne, guck, er macht die ersten 15 Punkte, okay, das, ja, das, ja, war jetzt nicht so ein neiler Try, also, ähm, hätte ein bisschen besser laufen können, oh Gott, oh nein, da kann ich nichts machen, also, ja, der hat uns, der hat uns ausgeballert, also, ich kenne mich jetzt im Tennis nicht so gut aus, aber, ähm, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie die Regel im Tennis so verläuft, weil, ich glaube, dass der Ball halt innerhalb aufschlagen muss, oh Gott, alter Junge, da kann man, da kann man die Beine angeschossen, da hatte ich ja überhaupt keine Chance, aus, oh, als, als ob, Scheiße, ich, ich verschwieg mir gerade die Bälle, das, das ist, das ist nicht gut, das ist, das ist gar nicht gut, oh, nein, oh Gott, jung, was war das denn, ach, das war ein Fehler, ach, lol, lol, das ist mir gar nicht aufgefallen, oh Gott, nee, hier kommen, ja, aber hier kommen ganz ehrlich, GG, Match zwar verloren, aber ganz ehrlich, es ist ein Spiel, egal, weiter geht's, ja, cool Leute, ähm, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, und ihr davon mehr sehen wollt, von dem ganzen hier, dann lasst ein Like da, daraus wird wahrscheinlich auf jeden Fall ein Let's Player stehen, äh, erst, genau, entstehen, und, ähm, ja, Leute, wie gesagt, falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wie das ganze Spiel so funktioniert, sowas würde mich echt mal interessieren, und, äh, ja, gut Leute, dann wünsche ich euch jetzt einen neuen Daumen, und, tschau tschau.